Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 22. September 2022. Und ja, unser DAX, der hat sich hier ein paar schöne Sachen eingeworfen, der hatte einen schönen Tag. Er hat von allem mal irgendwie was gesehen, aber am Ende doch irgendwie auch gar nichts dabei. Er war glücklich und zufrieden und happy. Es war ein ganz schönes Geschacher und Geschiebe hier zum Ende hin. Die Fettsitzung hat noch mal alles gut durcheinander gewürfelt, erst impulsiv nach unten geschlagen, dann nach oben ausgekottert, dann doch wieder ein neues Tagestief gesetzt. Also ne, stimmt gerade, Entschuldigung, das war verkehrt. Das war kein neues Tagestief, sondern neues Abendtief. Aber er hat hier drin quasi einmal impulsiv runter, dann ausgekottert nach oben, dann nochmal ein Tief drunter gestellt. Also das ist natürlich immer so ein Todeskombo für alljenige, die gerne mit Risiko, ich sag mal, Sicherungsmittel wie Sublos arbeiten zum Beispiel. Also egal, wie du dann klassischerweise in den Sublos setzt, unter Tief, so etwas hoch oder wie auch immer, egal ob man Short oder Long unterwegs bist, wird man dann halt abgeräumt. Und das geht eigentlich jetzt schon die ganzen Tage auch übergeordnet so, ne. Wir haben immer wieder so Bewegungsverhalten, dass wir nach oben stoßen, nach unten stoßen, nach oben stoßen, aber so richtig vom Fleck kommen wir eigentlich nicht. Wir sitzen jetzt eigentlich schon seit gut drei, vier, zwei, zwei, drei Wochen, drei Wochen, dass wir hier mit der 12.600, oder sagen wir mal, im weiteren Bereich zwischen 12.500 und 12.800 uns beschäftigt, oder fast sogar 13.000, kann man sagen. Die Spannung ist schon relativ hoch. Und er hat hier mal kurz einen Ausdruck drüber gemacht, den hat er nicht gestemmt gekriegt, so richtig drunter wollte er noch nicht. Vorher waren wir auch schon mal hier unten gewesen, haben wir auch schon mal ausgiebig rumgedruckt, das hat auch schon mehrere Tage gedauert. Auch da ist es ihm nicht gelungen, ausgiebig runter zu kommen. Also sehr, sehr, sehr interessant, das ist Situation, die natürlich auch brutal nerven kann, na. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere von euch da direkt die Lust am Trading verliert, ja. Weil, ich sag mal, selbst mit Analyse, Charttechnik und so weiter und so fort, du bist halt mehr am Reagieren als am Agieren, weil der Markt sich halt immer wieder nur hin- und herwirft. Eine klassische Range, die sich aber nicht in einem Rage-Pattern einordnen lässt, ja. Und das ist dann, das ist dann so der Teil, wo ich dann halt auch einfach immer mal sage, wenn das, was man macht, gerade nicht passt, es gibt ja Leute, die kommen in solchen Bewegungen super zurecht, die sind super happy, aber der Großteil hat, glaube ich, mit sowas echt Probleme halt. Dieses hin- und her und kein klarer Trend oben, kein klarer Trend unten, einfach immer nur wieder hin- und her. Dann denkst du, na ja, klar, übergeordnet ist der Trend abwärts, also Hand ist short, dann haut es dir einfach mal 500 Punkte nach oben ins Kreuz, wie sowas hier. Ne, das ist halt, das ist dann einfach nervig, das nervt viele und das stört. Aber sowas geht auch vorbei, und September, August, ja, auch Juli, das sind immer so die Monate, wo es halt richtig nervig auch oft ist, ja, und wo auch gut Stress drin sein kann, dass es nähert sich bald am Ende, dann kommen dann wieder in die ruhigeren Monate. Oktober ist immer mal so ein Mischding, den ich mag es mir nicht anzumuten, den irgendwo einzuordnen. Viele sagen, dass der Oktober schon ein bulliger Monat ist. Ich habe auch sehr, sehr viele Oktober im Hinterkopf oder in Erinnerung, die halt auch echt schlecht waren, die wirklich schlecht waren. Und dann erst der November stark war. November hingegen dann eher immer so ein Monat, wo man eigentlich schon fast zuverlässig sagen kann, na ja, da kommt ein bisschen Ruhe rein. Und da beruhigt sich alles, und plötzlich sieht die Welt doch nicht mehr so schlimm aus, wie sie noch im September und August aussah, weil das ist auch jedes Jahr so, ne. Es sieht immer total aus wie, ah, es gibt es gleich auch einen Weltkrieg, egal ob Korea stänkert oder die Krim eingenommen wird oder, keine Ahnung, jetzt ist es die Ukraine in Gänze, beziehungsweise auch bloß der Osten, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt immer irgendwas, egal ob die Griechen pleite gehen oder hier oder dort oder da, oder Trump irgendwelchen Stress mit China anzettelt, jedes Jahr irgendwas im dritten Quartal los, halt, ne. Das ist, das ist eigentlich Standard. Und deswegen ist es immer erstaunlicher, wenn man dann Januar, Februar da sitzt und sich fragt, hey, wo kam eigentlich jetzt die Performance die letzten Monate her, weil dann erst immer alles wieder so richtig happy aussieht. Gibt auch Ausnahmen, aber wollte ich einfach noch mal vor Augen führen, ist eine Marktsituation, die wir nicht ändern können. Das ist auch einfach saisonal ein bisschen bedingt halt, ne, das sind unruhige Monate. Das sind nicht so die Monate, wo zuversichtlich halt das große Geld reinwerfen. Ja, das heißt, wir müssen damit klarkommen und das Beste draus machen. Um das zu machen, würde ich am Donnerstag jetzt ehrlich gesagt mit einem weiteren Tief rechnen. Können wir gut vorstellen, dass wir über die verlängerte Achse von hier über hier einen Tief im Bereich um 480, 470, 430 fände ich schön, wird aber bestimmt nicht machen, weil er wieder eher drehen wird, wie die ganze Zeit schon immer. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir aus der Situation heraus den Donnerstag einmal unter die 500 runtergraben. Sollte sich dort eine grüne Stundenkerze an- oder ausbilden, wäre das eine lange Chance, heil, hätte er wahrscheinlich auch bloß einfach wieder zurück rennt. Ja, im Zweifel sogar bis ganz hoch, mindestens aber mal würde ich sagen 780, 760 so in den Dreh. Geht er höher, geht er vielleicht sogar auch über 850 hinaus, dann sind sogar wieder 935 und auch 13.060 drin. Ja, die bleibt aktiv und bleibt weiter gültig und erreichbar, wenn es ihm gelingt über 850. Auch das möchte ich dann tatsächlich ausschließen. Also Donnerstage, die sind vielseitig gewandt, die können alles, aber in der Regel halt auch mit recht mächtig Dampf drauf. Sie sind berüchtigt für ihre Konter. Trendtage auf Donnerstagen sind die Tage, die auch mal locker wirklich über 500 Punkte schaffen, kommen aber sehr selten vor. Also hat man auf Donnerstag vielleicht auf einen Donnerstag von 10, sind aber mit die stärksten Trendtage in der Woche, wenn es denn zu einer Trendbildung an einem Donnerstag kommt. Das heißt, wie kann ich das für mich nutzen? Ich kann für mich nutzen, dass ich einfach auf die Stundenkerzen schaue, immer wieder 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und solange die rot bleiben, beispielsweise, habe ich keinen Grund, lang zu gehen, habe ich auch keinen Grund, einen Short vielleicht auch abzubrechen oder genau, solange die Stundenkerzen rot sind, kann er unten raus volle Möhre übertreiben. Und zwar so lange, wie der rote Stundenkopf, das schafft der DAX auch 6-7 Stunden am Stück, ja, also, ähm, dann lasst den, dann lasst den schieben, dann lasst den einfach schieben, bis dahin, wo er kommt. Und wenn es dann 12,50 ist oder was, dann ist es 12,50. Ich würde trotzdem erwarten, dass es eher vielleicht nur unter 500 wird, dort eine grüne Stundenkerze kommt und er hochgeht. Heißt aber auch, dass man die dann auch erst abwarten sollte. Und eine grüne Stundenkerze ist nicht grün, wenn die ersten 5 Minuten hochzucken, sondern ist grün, wenn die grün geschlossen wird, wenn sie fertig ist, dann ist es eine grüne Stundenkerze. Ja, und er bildet die aus, wie gesagt, 7,60, 7,30 durchaus erreichbar, knackt die 8,50 nach oben, vielleicht unerwartet auf die rote Kerze, einfach ein Konter dahinter wieder und er geht über 8,50 per Stundenschluss, dann würde ich sagen, 9,35 und 13,60 die Ziele. Ja, aber ein neues Tief unter 500 würde ich fast mit einplanen. Wird das so vom Bewegungsbild, wir haben einen Abwärtstrend, wir haben den auch schon mal projiziert, haben auch schon mal gesagt, der wird ein bisschen zickiger, wie das hier. Der wird nicht am Stück fallen. Das macht er. Und Platz hätte er auf jeden Fall auf der Unterseite definitiv noch. Der Abwärtstrend ist noch aktiv. Ich sehe bloß, dass halt viel, 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 viel drin rumgekontet wird und deswegen würde ich einfach jetzt auch mit dem Konter rechnen. Aber für mich Pflicht wäre grüne Stundenkerze. Kommt die nicht und es ist rot, weiter short, kein long und dann nach unten noch gucken, was da geht. Ja, machen wir so. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss und nicht unterklicken lassen von dem Dings hier. Ja, dann werft euch das ein, was der hier hatte und dann kommt man gut durch. Gut, ich wünsche euch was. Ciao.